Schön, dass ihr wieder da seid. Unsere Proben laufen auf Hochtouren und die Show nimmt immer mehr an Fahrt. Auch das visuelle Erscheinungsbild der Show, also die Kombination aus Kostümbild, Bühnenbild, Licht-, Video- und Effektdesign, wird immer klarer erkennen. Unser Lichtdesigner Chris Moyle programmiert jede Nacht hunderte Effekt-Cues und Licht-Cues und gibt damit der Show erst den richtigen Glanz. In unserem Set-Design, also auch im Kostümbild, haben wir fast 100 Millionen Swarovski-Kristalle verarbeitet, unter anderem den größten, jemals geschliffenen Swarovski-Kristall. Was ist für dich als Lichtdesigner dabei die besondere Herausforderung? Also besonders bei Kristallen, da muss man viel Lichtenergie reingeben, dass die gut glanzend und reflektieren mit verschiedenen Farben und Fismar. Und da haben wir eine Armada an Beamlampen mit High Power und White Light, der das besonders zum Glanz bringt. Mitverantwortlich für das gesamte visuelle Design war Jean-Paul Gaultier und den treffen wir jetzt. Nach drei Jahren von Kostümbild, der Show kommt endlich als eine gigantische Show. Wie macht es dir das Gefühl? Es ist sehr gut, es ist wie die Böse der Böse, die sich herauskommt. Es wird herauskommt in eine Woche, zehn Tage, also wir sind sehr begeistert. Du hast die meisten der Kostümmen für die Show gemacht. Was ist etwas speziell auf deinem Kopf, wenn du diese Kostümmen hast? Es ist eine Geschichte, die du mir sagst, die ich liebe. Es ist eine Geschichte der Garten der Liebe, aber auch der Diversität. Die Diversität ist alles über die Farbe, die Farbe, die Farbe, die Farbe. Es ist großartig, dass du auch in der Rolle als Kurator bist, weil wir in andere Farbe bringen konnten. Du hast Fika Meta und Sascha Frolloa gewählt, um das Design-Team für die Kostümmen zu sein. Warum denn? Warum denn? Ich bin wirklich sehr schockt mit ihren Talenten. Sie sind sehr talentiert, mit einem Stil sehr spezifisch. Sie können etwas bringen, das ich nicht geben kann. Nächste Woche treffen wir Fika Meta und Sascha Frolloa. Also seid gespannt und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.